Und damit herzlich willkommen zu Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront und damit für mich zu einem Video nach Langeweile, denn ich bin jetzt eine ganze Weile lang mit Sachen beschäftigt gewesen und konnte deswegen nicht aufnehmen. Da habt ihr allerdings nichts von gemerkt, denn ich habe relativ fleißig vorproduziert und damit willkommen zu einem Video, welches wahrscheinlich mal wieder so ein paar kleine Versprecher enthalten wird. Aber damit kommen wir dann zum Thema des Videos und zwar zu den Fahrzeugen. Und zwar war aus der Community gewünscht, dass ich mal alle Fahrzeuge zeige und das kann ich auch ohne Probleme machen, denn es gibt hier was Tolles unter Extras. Und zwar gibt es hier neben den Mods aus dem Workshop auch die Einheitenbibliothek. Aber kurz noch ein kleines Wort dazu, warum ich hier den Conquest Cheat Mod installiert habe. Und zwar der Conquest Mod, also die dynamische Kampagne Schrägstich Eroberung, ist richtig super, hat allerdings aktuell noch relativ starke Probleme mit dem Balancing. Manche Sachen sind einfach ein bisschen zu schwer und es sterben einem zu schnell alle Einheiten, deswegen habe ich das hier installiert. Und das hat es mir auch ermöglicht, zumindest die deutsche Kampagne durchzuspielen. Aber gehen wir mal in die Einheitenbibliothek, die braucht normalerweise immer so ein paar Sekunden zum Laden, ist allerdings schon fertig. Und damit zum Video, wo ich mir die Einheiten bzw. die Fahrzeuge ein wenig angucke. Allerdings erste kleine Warnung vorweg. Und zwar habe ich keinen hohen IQ in Flugzeugen und auch keinen hohen IQ in Panzern. Und ich kenne mich da sehr viel besser mit Handfeuerwaffen aus. Deswegen ist das hier keine lexikalische Analyse, sondern eigentlich eher zum zeigen, ja, das ist im Spiel. Und ich fand diese und diese, diese und jene Einheit im Spiel so und so gut. Weil zumindestens mit den Deutschen habe ich meine Eroberung bis zu, ich glaube, so 60 Runden gespielt. Allerdings leider ist danach ein Patch gekommen, der meinen Spielstand inkompatibel gemacht hat. Deswegen muss ich das nochmal von neu anfangen. Aber gehen wir mal durch. Wir fangen an mit der Wehrmacht. Und zwar hier die altbekannte BF-109. Kommt leider so im Spiel nicht vor. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Es gibt nämlich so gut wie keine wirkliche Luftunterstützung. Es gibt nämlich nur eine Form von Luftunterstützung. Und das hier ist die BF-110. Das ist ein Bomber. Der schießt erst ein bisschen von oben mit seinen Maschinengewehren und Maschinenkanonen. Und lässt dann immer leider nur eine Bombe fallen. Also ich finde Luftunterstützung hätte man im Spiel nochmal ein bisschen besser machen können. Also für die, die es sehen wollen, hier nochmal hier F4. Und dann G6. Weiß ich leider nicht, wo der Unterschied ist. Das Ding hier habe ich leider auch nicht gesehen. Das ist ein französischer Beutepanzer. Die gibt es komischerweise einmal mit Rädern und einmal mit Schienen. Ich weiß nicht, wo der mit Schienen dann auftauchen soll. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn allerdings auch nicht erforscht. Dann haben wir hier das SDKFZ-10 und das SDKFZ-10 nochmal mit einer PAK-38. Das Ding gab es im Multiplayer. Allerdings hatte das Ding das Problem. Das Geschütz hier drauf. Das kann sich nicht frei drehen. Das heißt, man muss das Fahrzeug von Hand so positionieren, dass es dann relativ gut dahin guckt, wo man Gegner erwartet. Wenn man das Ding einfach irgendwo hinstellt und der KI überlässt, dann funktioniert das meistens nicht. Denn die KI ist besonders, was Radfahrzeuge und vor allen Dingen Halbkettenfahrzeuge angeht, nicht in der Lage, relativ gut einzuparken. Das heißt, die KI fuhrwerk dann irgendwie rum und schafft es dann nicht, das Fahrzeug hier irgendwie richtig so zu manövrieren, dass es dann richtig in die richtige Richtung guckt. Das heißt, das Ding war relativ unnütz. Das Ding ist ja bekannt. Das 2-2-1 und das 2-3-1. Das sind ja relative Klassiker. Die habe ich in der Eroberung nicht erforscht. Die hat nämlich unnötig Punkte gekostet und die fand ich jetzt auch nicht so gut. So ein gepanzertes Fahrzeug mit einem MG34 drauf ist zwar relativ cool, allerdings war es mir dann die Punkte nicht wert. Das Ding hatte ich dann auch nicht und den berühmten Puma, der danach kommt, auch nicht. Obwohl der Puma war ja in den Multispielergefechten, die ich gespielt habe, relativ gut, weil das wirklich ein relativ gutes Fahrzeug ist. Es kann sich auch frei drehen, das heißt, es ist egal, wie es steht, die KI weiß, wie man halt den Turm dreht. Das ist dann der große Unterschied zwischen dem Ding hier fuhrwerk, die KI dann irgendwie komisch in der Gegend rum. Da ist auch eine relativ gute Kanone drin mit 97mm Panzerdurchschlag, also Durchschlag ist das ziemlich das Wichtigste. Allerdings, wenn man die KI befehlt, das Fahrzeug irgendwo hinzustellen, dann macht die KI das meistens falsch. Also das ist was, da muss man dann in die direkte Steuerung gehen und das Ding dann händisch einparken. Das hier ist was, das kriegt man, wenn man mechanisierte Infanterie kauft. Das fand ich jetzt nicht so, dass die Punkte sich gelohnt hätten. Deswegen habe ich das nicht gekauft und auch nicht in der Version mit der Plane. Gehen wir weiter. Das Ding habe ich ein paar Mal gesehen, als das in der Sowjetunion-Kampagne gegen mich eingesetzt wurde. Das kann relativ fies sein, denn da ist ja eine ausgewachsene Flak 18, also eine 8,8mm Flak 18 drauf. Also das ist relativ stark. Ich weiß nicht genau, ob es sich stufenlos, also 360 Grad drehen konnte. Ich meine schon. Ah, dann haben wir hier das erste, die leichte Feldhorbitz 18. Und zwar, das Spiel ist auch noch ein bisschen komisch mit Artillerie. Manche Artillerie kann man wirklich gut einsetzen. Da drückt man dann F6 und sagt dann hier dieses Gebiet bombardieren. Dann wird dann dieses Gebiet wirklich unter unpräzises Schnellfeuer, äh, unpräzises Sperrfeuer genommen. Da kann man dann bei der Eroberung, also wenn man gerade was einnehmen muss, kann man relativ gut Sachen damit wirklich abdecken. Also einmal so einen Stützpunkt bombardieren, bevor man den einnimmt. Das ist schon relativ wertvoll. Damit das effektiv ist, brauchen wir allerdings ein paar Stück davon. Es gibt welche, die sind wirklich relativ lahm, also dass sie sich sehr, sehr langsam bewegen. Das Ding war so ein Mittelding, das habe ich ganz gut benutzt. Das kann man auch in den Verteidigungen ganz gut benutzen, indem so zwei, drei Stück davon hinter so einem Punkt stehen. Das ist relativ wertvoll. Die Mörser hatte ich als nicht sonderlich effektiv in Erinnerung. Bei Verteidigungen waren sie relativ gut, wenn die Sowjetunion dann wieder mit so einer richtigen menschlichen Welle ankommt, da so ein bisschen rein zu mörsern. Das war ganz gut. Die Mörser kosten auch nicht ganz so viel. Ich meine die Erforschungskosten für den Kleinen, hier sind gerade mal zwei Punkte. Und die sind relativ schnell unterwegs. Wenn man dann noch so ein bisschen Artillerieunterstützung bei der Verteidigung haben möchte, dann waren die relativ gut. Die Nebelwerfer, die fand ich absolut zerstörerisch. Also die muss man wirklich, also das ist wirklich viel Mikromanagement, das man da anwenden muss. Man muss wirklich gucken, dass man die nimmt und dass man die wirklich hinstellt. Die haben nicht so die beste Reichweite. Aber wenn man dann so zwei Stück davon hat, davon einen Stützpunkt, also einen gehaltenen Punkt vom Gegner in der Angriffsmission einmal komplett unter Feuer nehmen. Das war schon relativ gut. Bei der Verteidigung waren sie nicht so gut. Bei der Verteidigung waren sie meistens eher für Teamkills verantwortlich. Außerdem muss man sie händisch auf selbstständig Feuern stellen. Ja wahrscheinlich deswegen, weil sie relative Teamkiller sein können, wenn sie dann eine Rakete gegen so ein Dach pfeffern oder so. Dann haben wir hier die schwere Feldhobits 18 und zwar die mit diesen roten Streifen. Ich glaube, die sind nicht immer da. Es gibt nämlich immer so Varianten, damit nicht alle Einheiten so aussehen wie Klone. Haben die dann immer so ein bisschen, naja, der Nebelwerfer jetzt nicht, sondern haben so ein bisschen Varianten. Die fand ich relativ gut. Die hat auch eine gute Reichweite. Allerdings, wenn man die umpositionieren möchte, wenn man mal eine größere Karte hat, dann dauert das Ewigkeiten. Die sind cool, wenn man Missionen hat, zum Beispiel bei einer Fabrikmission, dass man dann so ein bisschen die Fabrik so ein bisschen aufräumt. Es gibt ja diese eine Karte mit dieser relativ engen Fabrik. Da sind die super. Allerdings auf offenen Karten muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen und es hat halt nicht jeder die Geduld. Dann haben wir hier einen absoluten Klassiker und zwar das schwere Infanteriegeschütz 33. Ja, ich glaube, das ist das schwere Infanteriegeschütz 33. Komischerweise hat das nicht diese Sperrfeuerfunktion. Die sind relativ leicht, die sind relativ schnell, die sind auch bei Verteidigungen relativ gut, da eins mitten in der Basis zu haben, also mitten im Verteidigungspunkt zu haben. Allerdings scheint das nicht richtig zu funktionieren, diese Sperrfeuerfunktion. Die scheint hier nicht, ich weiß nicht, also Sperrfeuer geben die manchmal nicht. Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Das ist immer ein bisschen komisch. Dann haben wir hier die kleine Flak, die ist auch relativ gut für die Verteidigung, also für Angriff, ja für Angriff braucht man die nicht. Für Verteidigung war sie allerdings super, denn damit kann man relativ schnell so eine gegnerische menschliche Welle so ein bisschen ausdünnen, bevor die bei einem ankommt. Allerdings hat die ja auch kein Feuerschild oder so. Wenn die einmal unter Handfeuerwaffenbeschuss gerät, besonders von so einem DP-Maschinengewehr, ist meistens die Crew kaputt. Aber meistens kann man die Leute, die das Ding bedienen, aus der normalen Infanterie, die man im Optimalfall hat, auch relativ gut ersetzen. Was wirkliche Flugabwehr angeht, so ist das noch ein bisschen komisch. Und zwar auf manchen Karten, also in der Eroberung, gibt es dann auf einmal Flugangriffe, besonders später. Allerdings sind die Flugangriffe dann meistens so, dass diese kleinen Flaks hier nicht mehr ausreichen, die aufzuhalten. Dann haben wir hier auch diesen Mega-Mörder, den 21cm Mörser 18. Der ist relativ gut, der kann auch über die halbe Karte schießen, allerdings nur über die halbe Karte. Und wenn dann halt einen Punkt, den man damit beschießen möchte, außerhalb der Karte liegt, dann dauert das Ewigkeiten, bis die in Position sind. Man kann die zwar, was man machen kann, was allerdings sehr, sehr fummelig ist, ist, man kann die Dinger nehmen, da kann man die einklappen. Dann kann man von seiner mechanisierten Infanterie die Schleppfahrzeuge benutzen. Die da ankoppeln, dann irgendwo hinfahren und wieder auskoppeln. Das ist allerdings richtig viel Mikro-Management. Die kommen zu Fuß, die kommen leider nicht mit einem Schlepper dran. Und deswegen fand ich die nicht so gut. Die brauchen auch sehr, sehr lange zum Nachladen. Die fand ich nicht wirklich effektiv. Die sind zwar cool, die sind riesengroß und stylisch, aber wirklich praktisch fand ich sie ja nicht. Dann haben wir hier den größeren Nebelwerfer. Den habe ich mir nicht geholt, weil der, ich glaube, Forschungspunkte hat, der, glaube ich, fünf Stücke kostet. Und ich glaube, das war mir einfach zu teuer von den Forschungskosten her. Deswegen kann ich zu dem nichts sagen. Dann haben wir hier die nächstgrößere Flak. Die ist nochmal ein bisschen besser gegen Infanterie geeignet, weil die halt hier vorne so einen kleinen Schild hat. Das heißt nicht, dass Scharfschützen nicht da die Besatzung rausschießen können. Aber die fand ich auch relativ gut. Dann haben wir hier die kleine Pack. Die kleine Pack ist absolute Pflicht für Verteidigungen. Denn die ist die einzige, welche sich richtig schnell in Bewegung setzen kann. Also die wird auch von der Infanterie geschleppt und die Infanterie ist damit relativ schnell. Die hat zwar nicht die meiste Durchschlagskraft, aber die kann auch relativ schnell feuern. Was man auch machen kann, man kann auch die Dinger händisch auf Explosivmunition umstellen und die dann gegen Infanterie einsetzen. Die ist auch relativ gut, um gegen diese menschlichen Wellen vorzugehen. Dann haben wir, glaube ich, nochmal das Gleiche. Ich glaube, die gibt es zweimal irgendwie im Spiel. Ich weiß auch nicht, warum. Dann haben wir hier die tschechische Pack. Die tschechische Pack ist auch ganz gut. Ich glaube, die ist um einiges besser. Genau das Ding, also das gute Stück hier hat 49 mm Durchschlag. Und das hat schon 87 mm Durchschlag. Das heißt, das Ding hat ein bisschen mehr Durchschlagkraft. Es ist auch relativ leicht, lässt sich schnell bewegen und feuert auch relativ schnell. Das Ding fand ich auch relativ gut. Dann haben wir hier die nächste deutsche Pack, die Pack 28. Die fand ich auch recht gut. Also wenn man eine große Karte hat für die Verteidigung und hat dann einen Posten, den man verteidigen muss, der sehr weit weg ist, dann würde ich hier mit Pack 38 nicht mehr hingehen. Dann würde ich dann mit irgendeinem Panzer hinfahren. Also das Ding ist schon ein bisschen lahm, was das angeht. Das ganze Ding ist natürlich schwerer. Dann haben wir hier das leichte Gebirgsinfanteriegeschütz 18. So, leichte Unterbrechung. Wir waren stehen geblieben beim leichten Gebirgsinfanteriegeschütz 18. Das fand ich ganz cool. Besonders, weil es sich auch relativ schnell fortbewegt und deswegen auch Verteidigungspunkte verteidigen kann, die ein bisschen besser ein bisschen weiter weg sind. Ich fand das auch ganz gut. Es hat auch sofort Knutzi-Status vom Nasentier bekommen. Und zwar hat man hier einfach so eine Kiste, die das Geschütz ist. Da gibt es, glaube ich, aber noch eine Version von. Genau, Huster ausgeschnitten. Und zwar gibt es hier diese Version mit Shia. Die kann man allerdings nicht erforschen. Ich glaube, da gibt es noch eine Version von. Genau, es gibt das Ganze. Ich glaube, welches? Ach genau, das hier ist die ultra leichte Version. Die bewegt sich halt noch ein bisschen schneller, weil die leichter ist. Ist allerdings nicht so ganz so präzise. Und halt hier, der Schild ist nicht so ganz so haltbar. Wenn man das Ganze nicht als leichtes Gebirgsinfanterie-Geschütz, sondern als leichtes Infanterie-Geschütz ohne Gebirge nimmt, dann ist dann ein bisschen robustere Lafette bei. Und zwar hat das Ding hier, das sieht so aus, als hätte man das mit so einer Kindergartenwellenschere ausgeschnitten. Dann ist hier vorne das Schild ein bisschen dicker und ein bisschen dichter. Und das Ding, glaube ich, bewegt sich aber nicht so ganz so schnell. Allerdings ist das auch immer noch schnell genug. Das ist auch was, das kann man hinter der eigenen Infanterie herziehen, um damit so ein bisschen so Stützpunkte zu bombardieren, bevor dann die Infanterie angreift. Das heißt, das hier ist für Verteidigung und für Angriff in etwa gleich gut zu gebrauchen. Obwohl das Ding hat ein bisschen Probleme damit, Sperrfeuer geben zu können. Das scheint noch nicht irgendwie ganz freigeschaltet zu sein. Dann haben wir hier die Pak 40. Die braucht man wirklich am Ende, wenn die Russen dann, also wenn die Sowjetunion dann wirklich mit den IS-Panzern ankommt. Obwohl die Sowjetunion hat bei mir bis in die 60. Runde eigentlich kaum IS-Panzer eingesetzt. Also das Ding ist wirklich richtig heftig. Besonders mit dem Panzer durchschlacken, da ist noch eine richtig fette Mündungsbremse vorne drauf. Und das Ding hat allerdings den Nachsitz, es ist größer, es ist schwerer und deswegen auch nicht so ganz so einfach bewegbar. Was war das? Das ist glaube ich der, ich glaube das ist der einmal größere Mörser oder einmal kleinere Mörser? Ne, das ist der SGAW, der schwere Granatwerfer 34. Den habe ich nicht erforscht, weil die kleinen Mörser, die waren mir dann schon genug. Dann haben wir hier die absoluten Könige und zwar sind das die 8-8er-Flags. Die sind zwar nicht so niedrig und gehen ein bisschen öfter drauf als die dedizierten Packs, aber die sind auch super zur Panzerabwehr und auch relativ gut zur Infanterieabwehr. Die Vollgeschwindigkeit kommt mir ein bisschen höher vor und die sind natürlich auch in der Lage die Flugzeuge runter zu holen, obwohl Flugzeuge kommen relativ selten. Die sind allerdings relativ, na die sind nicht so ganz so langsam wie die großen Mörser, allerdings sind sie auch nicht ganz so schnell wie die anderen Packs. Das heißt, das dauert ein bisschen bis die in Position gebracht sind, weil die auch nicht gezogen werden, sondern die werden auch geschoben. Die sind allerdings für die Verteidigung richtig wertvoll, allerdings würde ich die ein bisschen weiter hinten aufstellen, weil die sind relativ hoch und werden deswegen relativ schnell gesehen von den Gegnern. Da gibt es zwei Versionen von und zwar einmal die Version 18 und einmal die Version 36. Die Version 36 ist, meine ich, noch ein bisschen besser. Hier die hat 123 Millimeter Durchschlag und die hat 149 Millimeter Durchschlag. Die habe ich dann nicht mehr erforscht, weil mir die zu teuer war. Dann haben wir hier laffettiertes MG 34, besonders bei den frühen Missionen relativ stark in der Infanterieabwehr. Wie gesagt, die Sowjetunion, welche ja der Hauptgegner ist für die Wehrmacht. Die kommen wirklich mit gigantischen menschlichen Wellen angerückt und das ist relativ praktisch, so ein Ding zu haben. Die werden allerdings auch schnell ausgeschaltet, weil die relativ hoch sind, leider. Das gibt es einmal mit dem MG 34 und einmal mit dem MG 42. Die NASA hat übrigens Folgendes gemacht, die hat sich diese Dinger gekauft und hat dann hier das MG 42 da rausgenommen und in die Infanterie gepackt. Und die Infanterie darf das ja dann behalten. Und dann habe ich mich auf einmal gewundert, warum ich dann hier so zwei MG 42 Lafetten genommen habe, wo einfach keine MG 42 mehr drin waren. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe, warum dann bei einer Belagerung bzw. bei einer Verteidigung auf einmal meine MG nicht richtig schießen. Dann sind hier die Opel Blitz, die kann man sich auch holen, die braucht man allerdings nur relativ selten. Dann haben wir hier ein so ein Ding, Opel Blitz mit einer 2 cm Flak drauf. Ich glaube, die darf sich fast 360 Grad drehen. Ich glaube, die darf sich aber, glaube ich, der Radius vom Drehen geht etwa von hier bis 4. Man muss also diesen Truck irgendwie falsch rumstellen, damit das gut funktioniert. Und der Truck ist relativ hoch und von hinten auch für Handfeuerwaffen, Feuer relativ anfällig. Das heißt, er hat relativ schnell die Reifen kaputt. Da würde ich eigentlich eher eine einzelne Flak 30 holen für. Also Transport, Transport. Kettenkradt, weiß ich nicht, ob man das einzeln holen kann. Ich glaube, genau, im Multiplayer kommt ja ein Geschütz an so einem Kettenkradt dran. Ich glaube aber, ich meine, in der Eroberung kommt aber kein Geschütz an so einem Ding dran. Dann haben wir das Ganze nochmal. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich nie gesehen. Kübelwagen kann man sich am Anfang holen. Es gibt eine Version, genau, es gibt eine Version mit einem niedrigen MG34. Es gibt eine Version mit hohem MG34. Die Version mit hohem MG34. In den allerersten Missionen kann das passabel praktisch sein. Allerdings werden die auch sehr schnell ausgeschaltet. Das habe ich nicht benutzt. Gucken wir mal weiter. SVD, Kfz. Ah genau, Goliath-Panzer habe ich in der Eroberung, glaube ich, im Roster nicht gefunden. In Mehrspieler sind sie allerdings relativ praktisch. Ich glaube, da gibt es zwei Versionen von. Ich glaube, einer ist nochmal ein bisschen besser gepanzert. Ferdinand hatte ich ganz am Ende ein paar. Die sind sehr, sehr teuer. Ich glaube, ich habe mir zwei geleistet. Hab die allerdings nicht zum Angriff benutzt, sondern nur für Verteidigung. Ich fand es relativ unpraktisch, dass bei einem Ferdinand im Gegensatz zu einem Elefanten ja kein MG drin ist. Und ein Panzer ganz ohne MG, das ist halt eine extrem starke Kanone mit einer Durchschlagskraft von 232, was ich allerdings ein bisschen übertrieben fand. Denn die Sowjetunion kommt relativ selten mit irgendwas, was wirklich dann 200 Millimeter Panzerung hätte. Und das sind quasi einfach nur absolut überpowerte Packs, die ein bisschen höher sind, aber allerdings auch ein bisschen, wie nennt sich das, ein bisschen schneller in Position. Und zwar, wenn man so eine Eroberungskarte hat, wo man verteidigen muss und der allererste Punkt ist so ultra weit weg, dann ist es meistens schon zu spät, da auch in einem Pack 28 hinzukommen. Und deswegen braucht man für Verteidigung immer nur so ein paar Panzer. Dann haben wir hier was Ulkiges. Und zwar ist das ein KV oder KW-1, heißt es ja hier im Spiel, ein KW-1 der Sowjets, welcher umgebaut wurde. Wo auch, glaube ich, genau, die Deutschen haben dann in diesen russischen Panzer eine deutsche Kanone eingebaut. Das ist wohl eine richtig eierlegende Wollmichsau. Ich glaube, ich habe mir da einen von Mal geholt, bin aber nie dazu gekommen, den einzusetzen. Das Ulkige ist, der hat drei MGs und zwar einmal im Bug, einmal koaxial und einmal hinten raus hat er halt noch ein Mg, was richtig ulkig ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie gut der war. Dann haben wir hier den Sturmtiger. Den fand ich zwar beeindruckend, allerdings von der Leistung her relativ schlecht. Und zwar, der braucht so richtig lange zum Nachladen und hat dann einmal einen richtig dicken Wumms dafür aber. Allerdings leider auch nur ein paar Mal, denn dann irgendwann muss er komplett nachgeladen werden. Dann muss man entweder mit einem Versorgungs-Truck ankommen oder mit dieser Kiste. Also ich fand ihn relativ unpraktisch. Also wenn der Gegner irgendwie mit einer richtig großen Knubbelwelle kommt, dann ist das schon mal praktisch, wenn da einmal so ein Ding reinfliegt. Aber ansonsten fand ich ihn ja unpraktisch. Und ich meine, er hat auch diesen komischen Sperrfeuer-Bug. Und zwar, die Sperrfeuer-Funktion ist freigeschaltet. Das heißt, die kann man auswählen, aber der macht dann irgendwie nichts. Das fand ich ein bisschen doof. Dann kommen hier natürlich die Stars, und zwar die Tiger. Tiger sind richtig, richtig gut. Allerdings sind sie auch nicht so die allerschnellsten. Das heißt, um irgendwelche Blitzangriffe zu fahren, sind sie meistens zu langsam. Man hat hier die Ausführung E mit Zimmerit und hier nochmal die Ausführung A, also Ausführung H ohne Zimmerit. Was allerdings auch keinen großen Unterschied macht, denn wenn Sowjetunion, also Sowjetinfanterie an einem dran ist, benutzen die meistens keine Haftladung, sondern ihre RKG-Granaten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, das ist eine meiner favorisierten Granaten. Also Haftladung benutzen die selten. Also Tiger, Panzer, richtig gut. Obwohl, irgendwas ist auch noch mit der Kuppel anders. Ah, genau hier, die Ausführung E hat oben noch ein MG drin. Welches allerdings nicht ferngestellt ist, deswegen kann der Schütze da leider rausgeschossen werden. Also den Tigern geht relativ oft der Kommandant drauf, weil der am MG einfach erschossen wird und dann wird die Kompletteffektivität des Panzers gesenkt. Das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Das heißt, Ausführung H reicht eigentlich vollkommen aus. Und wenn ihr mit Tigern verteidigt, stellt die nicht so, wenn ihr den Gegner von vorne erwartet, sondern stellt die leicht quer, damit halt die Geschosse vom Gegner eine größere Chance haben, so abzuprallen. Auch absolute Verteidigungsmonster. Eigentlich nicht wirklich gut zum Durchbruch geeignet, sondern eigentlich auch eher für die Verteidigung. Dann haben wir hier den Tiger Ass. Das habe ich mir nicht geholt. Das ist ein Tiger mit ein bisschen Gemüse drauf, mit einer besseren Crew. Dann haben wir hier den Königstiger mit Gemüse. Die sind natürlich absolut super, die Dinger. Allerdings sind sie für das, was sie können, auch schon ein bisschen zu teuer. Ich glaube, hier gibt es dann einmal die frühe Ausführung. Ach, genau, man hat hier die frühe Ausführung mit dem runden Turm. Übrigens ist der Turm nicht von Porsche, was oft behauptet wird. Genau, auch hier mit dieser rausstehenden Kuppel. Also ich finde den frühen Turm, den finde ich irgendwie, der sieht auch cool aus. Und ich finde den Tiger, äh, Königstiger ohne, achso genau, der hat ja nicht immer Gemüse. Und zwar manchmal hat man den mit Gemüse und manchmal hat man den ohne Gemüse. Was dafür sorgt, dass halt im Gefecht man manchmal denkt, das sei ein anderer Panzer. Wenn man davon zwei Stück hat, die sich gegenseitig Deckung geben, ist das schon richtig stark. Ich glaube, die frühe Ausführung, so kommt, glaube ich, im Forschungsbaum gar nicht vor. Bin ich mir allerdings gerade nicht sicher. Ah, genau, Sturmpanzer 1, der ist auch relativ ulkig. Und zwar ist das halt hier so ein, einfach so ein Panzer 1-Gestell mit so einem Aufbau drauf, wo einfach ein ganz normales, ein ganz normales Geschiss steht, wo die noch nicht mal die Räder abgenommen haben. Den habe ich nicht benutzt, der war mir nämlich ein bisschen zu teuer. Aber in einem anderen Spielstand, ich glaube, in einem der frühen Nasentierspielstellen hat die Nase das Ding geholt. Das ist relativ cool. Das ist sozusagen eine Arzellerie, die mit den Panzern mitfahren kann. Theoretisch ist diese in der Lage, bevor die Panzer dann wirklich final angreifen, so eine Stellung vom Gegner einmal so ein bisschen unter Feuer zu nehmen vorher. Funktioniert aber nicht gut, weil auch hier die Sperrfeuerfunktion nicht wirklich vollkommen funktionsfähig ist, sondern Buggy ist. Was haben wir hier? Grillen. Grillenpanzer fand ich super. Damit habe ich größtenteils die ganzen sowjetischen Infanteriewellen zurückgeschlagen. Da habe ich mir, glaube ich, insgesamt sechs Stück von geholt, weil die auch immer wieder zerschossen wurden. Ich habe die aber immer wieder neu gekauft, weil die einfach relativ gut sind. Hier wird die Durchschlagskraft komischerweise mit 95 angegeben. Ist das richtig? Das wirkt mir gerade ein bisschen zu hoch für drei Zentimeter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die gegen Panzer keine Chance haben. Aber die Kanone, die hier drin ist, die fand ich schon richtig cool. Die hat ja auch so einen richtig witzigen Aufbau. Ich wollte auch nochmal nachgucken für mich, wie diese Kanone denn wirklich funktioniert. Denn dieses Gestänge hier mit dem Scharnier, das wird ja auch irgendwas machen. Jagdpanzer 38T von vielen ferscherweise als Hetzer bezeichnet. Der ist richtig, richtig gut. Der ist mit enthalten im tschechischen Forschungsbaum. Und zwar hatte ich ja in meiner Einführung zu den Forschungsbäumen gesagt, man muss sich als Deutscher entscheiden, ob man zu diesen deutschen Panzer 1 und Panzer 2 geht. Oder in die tschechischen Panzer. Und wenn man einmal die tschechischen Panzer durch hat, welche relativ wenig Forschungskosten kosten, dann kriegt man irgendwann hier am Ende den Jagdpanzer 38T. Und der ist richtig super für sein Geld. Der kostet wenig Forschungspunkte. Der kostet insgesamt relativ wenig Geld. Und dafür ist der richtig gut. Und zwar hat er auf dem Dach ein ferngesteuertes MG, wo der Schütze nicht weggeschossen werden kann. Deswegen ist er relativ gut gegen Infanterie. Mit seiner Kanone, die sogar eine Durchschlagsleistung von 135 hat, ist er sehr lange gegen die sowjetischen Panzer, steht er sehr gut da. Er ist sehr flach, flat is justice. Er ist sehr klein. Er ist relativ schnell. Und er ist super. Der einzige Nachteil ist, sobald ihm die Kette zerschossen wird, kann er sich nicht mehr drehen und dann im gewissen Winkel nicht mehr angreifen. Das heißt, man muss relativ oft aussteigen und die Ketten reparieren, besonders bei Minenfeldern. Aber ansonsten, also das ist so ziemlich der... Also was die Preis-Leistung angeht, ist das für mich der beste Panzer im ganzen Roster der Wehrmacht. Dann geht es weiter mit dem Marder 2. Den habe ich selber als Wehrmacht nicht erforscht. Allerdings habe ich da mit der Sowjetunion ein paar von geklaut. Der ist relativ cool. Der hat auch ein MG dabei, was für einen Jagdpanzer aus der Generation nicht selbstverständlich ist. Und der ist halt auch super zur Verteidigung. Einziges Problem ist ja, wie bei dem Jagdpanzer 38d, auch wenn ihm die Kette kaputt geht, kann er sich nicht mehr richtig drehen. Der ist allerdings eher für die Verteidigung geeignet. Mit dem Jagdpanzer 38d kann man sowohl angreifen als auch verteidigen. Von da spart er auch eine Menge Geld. Und zwar, also in den Kampagnen, die ich gespielt habe, bin ich immer so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe immer Einheiten für die Verteidigung und Einheiten für den Angriff gekauft, die ich dann immer gewechselt habe. Und die Nase hat das eigentlich eher gemacht. Sie hat sich einen Einheitenroster zusammengekauft, womit sie eine ganze Menge Geld sparen konnte. Und zwar hat sie meistens mit den gleichen Einheiten verteidigt und angegriffen. Okay, gehen wir weiter. Dann haben wir hier den Marder M. Das ist das, was ich mir selber dann geholt habe. Damit habe ich größtenteils dann verteidigt und habe auch angegriffen. Das ist quasi genau das Gleiche wie die Grille. Und zwar hat er den großen Nachteil, dass er... Ne, so weit oben war die nicht. Wo war denn jetzt nochmal die Grille? Ah, hier, Grille. Und zwar, der einzige Nachteil ist davon, wenn man relativ rausgesoomt spielt, ich spiele relativ stark rausgesoomt, besonders bei den Angriffen, dann verwechselt man die ganze Zeit seine Grillen mit dem Marder 3M. Das fand ich ein bisschen unprach. Ansonsten ist er richtig super für sein Geld. Gehört, wie man das hier unten sieht, gehört er auch zum Tschechen-Roster. Dann haben wir hier die deutschen Panzer, dann haben wir hier den Panzer I. Ausführung B mit dem doppelten MG 34. Ist halt quasi kein richtiger Panzer, ist halt eigentlich eher so ein Infanterie-Unterstützungsfahrzeug. Dann gibt es den in der Ausführung F. In der Ausführung F ist dann komischerweise wieder... Ne, Moment, hier ist ein MG 13 drin und hier ist ein MG 34 drin, also ein doppeltes MG 34. Der ist halt relativ cool, um damit Infanterie aufzuhalten. Allerdings war er mir dann die Punkte nicht wert. Die IIs sind besser. Hier ist der IIC. Und zwar ist hier, genau, hier ist schon eine Maschinenkanone drin. Der ist schon relativ gut gegen Infanterie, also der hier ist super gegen Infanterie, gegen diese russischen Wellen, also gegen diese russischen menschlichen Wellen. Allerdings gegen andere Panzer ist der nicht ganz so gut, denn seine eigene Panzerung geht nur bis 14,5 mm und der geht relativ schnell drauf. Hier ist quasi nochmal das bisschen besser. Hier ist dann die Ausführung F. Die ist dann gepanzert bis zu 35 mm und da ist dann auch die Maschinenkanone drin, das heißt, das Upgrade von C auf F ist relativ gut. Dann haben wir hier nochmal den L. Der L hat zwar Knudsi-Status vom Nasentier bekommen, ich finde ihn aber relativ merkwürdig. Und zwar ist er bis 30 gepanzert, hat dann nur noch die Maschinenkanone, also hat dann hier die Maschinenkanone und dann noch hier ein MG34. Er ist allerdings relativ teuer von den Forschungskosten, das heißt, man muss da relativ weit in eine Strecke reingehen. Dann haben wir hier so einen komischen, ich glaube, das ist ein Schwimmpanzer, den habe ich überhaupt nicht benutzt. Das sind dann russische Beutepanzer, den gibt es, glaube ich, zweimal. Ach nee, hier hat man dann quasi diesen Christie-Panzer, also diesen BT-7 als Beutepanzer, mit der 45 mm Obretz, Obretz ist einfach ein Modell im russischen Kanone drin. Ich fand den nicht wirklich gut, der ist zwar sehr schnell, man kann damit relativ schnelle Flankenangriffe fahren, allerdings waren mir die Flankenangriffe immer zu fummelig. Panzerjäger 1 habe ich, glaube ich, geholt. Der ist, glaube ich, hat auch eine relativ gute Preis-Leistung für die Verteidigung und für das Ausschalten von gegnerischen Panzern. Dann gehen wir hier weiter, dann haben wir hier die Tschechen, dann haben wir hier den 34T, der ist noch nicht ganz so gut, ich glaube, ja genau, 25 mm Panzerung und 54 mm Panzerdurchschlag hat dafür zwei MG's, und allerdings MG 37T, die sind nicht so ganz so gut. Wenn man dann zum 38 kommt, ich glaube, ich glaube, der Schritt zum 38 ist wirklich nicht wirklich groß, es sind nur ein paar Millimeter, ich glaube, der große Schritt ist von A auf F. Genau hier verdoppelt sich von A auf F, verdoppelt sich die Panzerung, und wenn man in den Tschechen-Roster geht, ist das hier so der erste Kampfpanzer, der so ein bisschen was kann. Also das würde ich wirklich als Panzer bezeichnen, der kann dann auch wirklich so die frühen sowjetischen Panzer auch relativ gut ausschalten. Ich glaube, die Ausführung G lohnt sich nicht. Genau, das ist nämlich relativ komisch, und zwar die Ausführung G und schaltet sich nur dadurch, dass sie dann auf einmal eine Flagge auf dem Rücken hängen hat, was zwar sehr stylisch ist und dafür sorgt, dass man die eigenen Panzer relativ gut sehen kann, aber die Werte verändern sich gar nicht. Dann haben wir hier den Jagdpanther, der kam ein bisschen zu spät, der war sehr teuer, den konnte ich mir, glaube ich, fast nicht mehr leisten, da habe ich, glaube ich, einen von geholt, der hat auch gute Arbeit geleistet, aber ich fand ihn mit seinem 223mm-Panzer-Durchschlag relativ überpowert. Im Gegensatz zum Ferdinand hat er allerdings noch ein MG drin und er ist deswegen nicht ganz so nutzlos. Ihn bei einer Verteidigung etwas weiter hinten stehen zu haben, ist relativ gut. Dann haben wir hier einen Flammenpanzer, den habe ich, glaube ich, irgendwann geholt, als ich Punkt übrig hatte, habe dann gesehen, dass er relativ cool ist. Erst habe ich gedacht, geil, Flammenpanzer, die ganzen gegnerischen Panzer abfacken und danach behalten. Das geht allerdings nicht, und zwar Flammenwerfer beschädigen den Panzer relativ stark und den kann man dann nicht erobern. Und zwar geht es auch in den Kampagnen relativ oft darum, Panzer zu klauen. Das heißt dann nämlich gratis, ich habe so viele Panzer geklaut von der Sowjetunion, aber gehen wir mal zu Panzer 3, da gibt es nämlich auch eine ganze Menge von, Ausführung E. Den fand ich relativ cool, der ist zwar nicht so gut gepanzert mit nur 30, hat allerdings hier drei MG drin und deswegen ist er gegen Infanterie relativ gut. Dann haben wir hier die Ausführung F. Die Ausführung F, er kriegt bessere Kanone, bei dem muss man aufpassen, der hat nämlich nur diese 3,7 cm Kanone, die kann nicht so viel. Und zwar hier, auch wenn das immer noch eine Stummelkanone ist, die 15 mm KWK mit einer Kaliberlänge von 43. Ich kann schon ein bisschen mehr, allerdings bin ich von den Stummelkanonen kein Freund. Dann gibt es hier diesen komischen Panzer mit der Decke drüber, wo das Nasentier meinte, Panzer ist kalt, Panzer muss Decke. Wo komischerweise hier, ach so, hier die Zahl durch die Decke durchglitscht, da müssen die nochmal drüber. Ich glaube J1, genau, J1 ist die erste längere Kanone, die hat dann fast 100 mm, allerdings nur fast 100 mm Panzer durchschlag und sieht dafür noch relativ komisch aus, so ganz ohne Mündungsweise. Ich glaube, der L ist der erste. Ich glaube, den L habe ich dann nicht mehr erforscht, obwohl der L hier mit diesen Spacern, also mit diesen Platzhaltern hier, mit den Platzhaltern hier an der Kanonenbremse relativ cool aus. Ich glaube, die habe ich nicht mehr erforscht, weil das dann das nicht mehr wert ist. Der M hat dann nicht nur die Spacer hier, sondern der hat dann auch noch Schürzen dran und ich glaube der N, der N ist wieder ein Rückschritt und zwar der N hat nur noch 50 mm Panzerdurchschlag. Also die Panzer III, die würde ich nicht erforschen. Ich würde von Panzer III vielleicht den hier erforschen, den hier erforschen und dann sofort auf Panzer IV gehen. Hier haben wir den ersten Panzer IV und zwar in der Ausführung D mit der Stummelkanone. Den fand ich relativ schlecht. Ich glaube der F1, Nee, der F2, ich glaube der kriegt nur mehr Panzerung. Genau, der hat 30 mm und der hat 50 mm. Genau, der F2 ist der erste, mit dem man relativ gut arbeiten kann, wenn man sich den sich holt. Der hat nämlich 50 mm Panzerung und hat dann 133 mm Panzerdurchschlag, weil er jetzt diese längere Kanone hat und zwar die 7,5 mm KWK 40 mit einer Kaliberlänge von 43. Obwohl der erste, genau der erste richtig gute, ist dann der G und das ist dann auch das Hauptarbeitstier und zwar mit dem G habe ich alles mögliche gemacht und zwar der G hat dann nochmal einen Sprung von 50 auf 80 mm Panzerung, behält allerdings hier die 133 mm Panzerdurchschlag. Der ist richtig gut. Das war so mein Hauptarbeitstier und zwar der Panzer IV war halt auch besonders an der Ostfront das Hauptarbeitstier der Wehrmacht und so sollte man den auch einsetzen. Der ist auch günstig genug, davon kauft man dann vier Stück, die sich gegenseitig Deckung geben, dann vielleicht noch ein Jagdpanzer hinten, falls irgendwas Dickeres von der Sowjetunion ankommt, aber mit denen dürfte das kein Problem sein. Die haben auch zwei MGs, einen im Turm, einen in der Wanne. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen verbessern, obwohl diese Verbesserung ist es meistens nicht wirklich wert und zwar kriegt der nur eine bisschen bessere Kanone, die dann auch nur hier so zwei Millimeter mehr Panzerdurchschlag rausholt. Allerdings genau, die haben einen Fla-MG, allerdings einen Fla-MG nicht ferngesteuert, deswegen kann der Schütze da rausgeschossen werden. Fand ich unpraktisch. Dann haben wir am Ende noch den J. Ich glaube, da war aber auch nichts. Ich glaube, der J, ja, hier hat man dann Mg-34 Trommelmagazin, hier hat man dann Mg-34 Panzerlauf, obwohl Trommelmagazin ist falsch, das ist eine Gurttrommel. Dann haben wir hier den Panther, die Panther, muss man natürlich auch nicht viel zu sagen, die sind natürlich super. Hier, die erste Version hat dann hier einen Fla-MG. Die nächste Version hat komischerweise das Fla-MG nicht mehr. Und dann haben wir die G-Version, die hat dann Simmerid und dann wieder das Fla-MG. Das fand ich ein bisschen komisch, obwohl die unterscheiden sich, glaube ich, auch gar nicht. Ah, genau hier, die D hat ein bisschen Panzerung weniger, obwohl die unterscheiden sich nicht so ganz so groß. Dann haben wir hier was ganz komisches, und zwar das Stuik, das Stumm-Infanterie-Geschütz 33B. Das ist so ein bisschen Vorgänger von den berühmten Stuxis. Das habe ich allerdings nicht benutzt. Die NASA hat das auch nicht benutzt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das sieht so ein bisschen komisch aus, das erinnert mich so ein bisschen mit dieser Superstructure hier, also mit dem Aufbau so ein bisschen an diesen Churchill-Waffenträger. So, dann haben wir die Stuxis, die sind super, bis auf die ersten mit den Stummelkanonen. Die ersten mit den Stummelkanonen, das war ja auch historisch so, das Ding sollte ja eigentlich eher so ein Ding sein. Das fährt mit der Infanterie mit, und wenn die Infanterie auf was stößt, wo sie nicht weiterkommt, zum Beispiel einen Bunker oder ein stark befestigtes Gebäude oder so, dann sollen die Stuxis von hinten her gehen und halt hier mit ihren quasi Mauser-Haubitzen-Kanonen-Dingern hier das Ding unter Feuer nehmen. Das sind eigentlich eher Bunkerbrecher. Und dazu hat die erste Version halt die 7,5 cm KWK mit einer Kaliberlänge von nur 34 und auch nur eine Durchschlagkraft von 50. Das heißt, das erste Ding, das kann man nicht wirklich benutzen. Und zwar bräuchte das Ding eigentlich eine Sperrfeuerfunktion. Diese Sperrfeuerfunktion funktioniert allerdings hier beim ersten Stuxi, komischerweise nicht. Das heißt, da müssen wir ja noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das erste Coole ist hier das Stuck F. Das Stuck F hat allerdings ein Problem, und zwar hat es kein MG und kann sich deswegen nicht selbstständig gegen Infanterie verteidigen. Es hat allerdings, weswegen es super ist für Verteidigung, hat es eine 7,5 cm Sturmkanone drin mit einer Kaliberlänge von 43, resultiert in einem Durchschlag von 133 mm. Das ist für dieses relativ frühe Ding schon relativ gut. Und ich würde mir besonders für Verteidigung mindestens eins davon holen, und zwar, wenn man in einer Verteidigungsmission es damit zu tun hat, dass man eine langgezogene Karte hat, wo dann halt der erste Verteidigungspunkt sehr weit weg ist, und zwar so weit weg, dass die normalen Infanterie-Packs da nicht hinkommen. Dann würde ich mal ein Stummgeschutz nehmen und dann ganz nach vorne da hinfahren, um sozusagen das ganze Ding einfach als schnellere Pack einfach einzusetzen. Dann haben wir hier G-Spätausführung, da muss ich jetzt kurz springen. Moment. Nee, frühe Ausführung ist zuerst. Dann haben wir das Ganze hier in der frühen Ausführung mit Schürzen und mit einem MG. Das MG hat den Vorteil, dass ich das Ding dann auch gegen Infanterie verteidigen kann. Allerdings hat es den Nachteil, dass dazu ein Infanterist, nee, einer der Panzerbesatzungen hier, hier rausgucken muss, um halt hier das MG zu bedienen. Und der kann weggeschossen werden. Und das ist ein bisschen nervig, wenn dann auf einmal die Anti-Infanterie-Feuerkraft ausfällt. Dann haben wir hier die Spätausführung mit Zimrit. Und hier diesmal, ich glaube, das MG ist, genau, das MG ist jetzt ferngesteuert. Das heißt, der Typ kann nicht mehr rausgeschossen werden. Auch wenn sich hier diese zwei Versionen nicht sonderlich unterscheiden, würde ich halt doch hier gehen und dann hier doch die späte Version erforschen, allein weil hier dann ferngesteuertes MG drauf ist wodurch das Ding gegen Infanterie sehr viel besser ist. Dann haben wir hier was, und zwar ist das nicht das Stuck, sondern das Stuh, das Sturmhaubitze, ich bin mir nicht ganz sicher, 42 Ausführung G. Das Ding, muss ich zugeben, habe ich nicht geholt. Und ich glaube, es ist wirklich eine Sturmhaubitze. Es ist wohl auch was relativ Seltenes. Dann gehen wir weiter, dann haben wir hier den Sturmpanzer 4. Ich meine, das ist der Brummbär. Davon habe ich mir zwei Stück irgendwann mal geholt, als ich Punkt übrig hatte. Habe die bei einer Verteidigung benutzt, habe allerdings nicht wirklich gesehen, wie gut die performt haben, weil es schon relativ spät im Spiel war. Aber ich glaube, die sind relativ gut. Dann haben wir hier einen Munitionsanhänger, den man so nicht einzeln kaufen kann. Und dann haben wir noch einen Munitionsanhänger. Ja, Dann würde ich sagen, dann wären wir hier mit den Fahrzeugen durch. Das sind alle Fahrzeuge, die es aktuell gibt, mit dem aktuellen Stand. Es kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr dazu. Erst, ich meine, beim vorletzten großen Patch sind, glaube ich, fast fünf neue Fahrzeuge dazugekommen. Das heißt, es besteht noch Hoffnung, dass noch einiges hinzukommt. Ja, dann würde ich sagen, da ist das Video relativ lang. Dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zusehen. Falls ihr das nächste Video zur Sowjetunion nicht verpassen wollt, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, wo ich mich dazu entschieden habe, diesen zu unterstützen. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann nochmal die Call to Actions für Twitter und Instagram, wo ich so ein bisschen festhänge mit den Zahlen. Aber